Was bleibt heute herzlich willkommen auf 999zit, lasst kein Abo da, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Guten Tag Babys. Na? Was geht ab lange? Chilling mit der Family. Oh, check me Emojis. Bitt die Motherfucker mit der Rolli. Worm hallo ich die Kamera hin? So, Chat, wir spielen ein bisschen Zweikontakte, Regeln-Kenter. Ich brauche irgendwas. Kann ich das benutzen? Ach, da ist angekettet, der Wichser. Ach so, die Brasianer, ne? Ja, oder hier. Du bist so ein Flach. Digga, einfach das Lied des Charts Platz 19, ne? Ja. Ja. Los? Ja, das geht noch drauf. 0-0. Was? Opa. Bestrafung, 10 Liegestütze und alle anderen müssen 5 machen. Ja, oder? Wir haben schon ein paar Runden Intos, kann ich mehr. 2-2. Ah, für den Sommer-Buddy. Oder Setups, kann man nicht aussuchen. Oh! Ey, sind der aufgeregt wie eine Kamera oder was? Gut so ein Trauer. Nicht. 2. 2. Ohne Oberschenko ohne Kopf. Nein, 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 nein. Wir hätten noch einen. Echt? Nein, keine 20er Runde. Ja, langweil. Nichts. Der Ball ist so geil, Digga. Oh, oh. Das ist ja langweil, Digga. Aber wir kriegen gar nichts. Ih, eines bloß? Eines bloß? Ja, da machen wir. Da machen wir. Da machen wir. Qualitätsrunde? Bisschen gut. Guck mal. Malo? Ey, warte Digga, mein verknall. Und? EHHHHH! Scheiße mal, wie geht das? Echt mal bei? Warte. 2-2. Ok. Nächste. Ich weiß nicht, ob du deine Strecke gesehen hast. Malerweise nicht. Drei? Ich kann nicht mehr. Seht ihr schon eigene Blut? Wir sind hier immer am nächsten. Nervlich, Kakarot. Später gehen wir noch laufen, ich dachte, die waren schon heute Morgen. Spurz! Ich war schon laufen. Wie lang Jordan ist. Ich war schon laufen heute Morgen um 6. Kackarot. Das wird mit 4. Ohlala. Habt ihr nicht mehr, Digga? Es ist Vegeta und die sind so gut, wo Vegeta Brüder hingeht. Ja, Digga. Wegen Weitwinkel sieht überall und so lange aus. Zeig mal. Zeig mal. Und jetzt Zigarine für mich. Ich bin ... Ja, du bist gar nicht mit einem schluss hier, Alter. Genial. Schleif, Lukas. Oh, der kommt von mir. Der muss nicht gehen, Digga. Alter, ich will sich verziehen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Jetzt kommen wir in die Kanone los und die Gieber. Die Blasrohre. Erbar! Da kommt das von dem eigenen Blüten. Wann, du musst ja den Blüten schon machen. Du hättest die Regeln erworben. Wenn ich rede immer versprochen, lass dich da... den... sprechen. Du hast ja schon einen eigenen Blüten. Geli hat schon die Hundertwitz voll. Schmeckt auch schon gut. Arme, Mensch. Geht nicht mehr so weit runter. Hier ist der Basketball-Dingskorb irgendwo. Wo wir da vorgewohnt haben. Wie weit ist das von dir? Ja, das hat sich auf der Seite, Bruder. Schüch! Ah, schüch! Das Ding ist cool. Warum? Ich weiß nicht, Bruder. Hat er gerutscht? Ich will nicht gendern jetzt. Nee, gute Ahnung. Ja, dicker. Waaah! Waaah! Kann ich jetzt machen? Neeiiiisss! Waaah, warte, warte. 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 Wenn ich einmal angeschlagen bin, kommst du direkt raus, oder? Warte, warte! J З Inns! J progressoff! Warte, warte, wiekodert! J준ny! Jetzt überlasse ich dir! Ja, ol, lion! Warte hoch! Was? Warte hoch! 1 séns! Du hast schon sogar gesprungen mit das gegen meinen Kopf. Du bist heute mittelang, oder? Du hast den Sinn gemacht. Oh mein Gott. Schau mal, schau mal, schau mal. So einfach? So einfach? Ja, wieder die Zehn. Arsch, darf eh von dir. Er zieht halt durch. Oh! Ja, Gini? Hast du wieder Ali abgetäuscht? Ah, C umgekriegt. Ah! Mein C? Mein C, mein C, mein C, ja. Das ist schnell. Wollt ihr? Jettlons, wie geht's euch? Ich hab jetzt einen, oder? Ich bin ein Tor, bis nach zehn! Boah! Ich hab zwei. Ein. Ah! Ah, das ist leer! Das ist eigentlich drin. Ein, wenn du dich bewegen, ist der hesslich dicker. Ist der hesslich, wenn du dich bewegen. Ich bin keinem aus der Familie. Wie war das mit dem Verlagern? Ich hab drei. Ja. Drei? Ja. Hab ich auch gehört. Ja, sorry. Die Nase greifen. Wir haben gefangen einfach. Ja, einfach irgendwas greifen. Zum Glück hab ich's zurück. Und tschüss. Und tschüss? Ne, oder? Und tschüss. Nein, wir sind zurück. Ne, oder? Oh, gut, gut. Wir haben beide Zeit, oder? Nein! Nein! Ich bin zu viel, Leute, Digga. Z2. Du, 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 du. Nein, oder? Du wolltest dich unbedingt töten, ne? Oh, Lund. Ja, aber Workout, Digga. Wir haben 2 und 3 gespielt. Joppa! Weg mit der Rampe. Weg mit der Rampe. Weg mit der Rampe. Wir haben doch kein Lauf mehr. Kein Lauf mehr. Kein Lauf mehr. Kein Lenni, aber... Ich bin der Macher. Immer mehr machen als die anderen auch. Ja, klar. Mach mal. Immer mehr saufen als die anderen. Warte, 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 warte. Ich hab sogar genommen. Warte, warte, warte. Oh, yeah. Ferner! Ja. Genau der richtige Schnitt dafür. Easy Bucket. Muah! Mit Bade. Stoppeln. Knie! Oh mein Gott. Hüp, hüp ein bisschen. Nein, ich hab doch. War doch schlecht dabei. Geht so ein bisschen recht. Das weiss ich. Aber du skکierest. Über die Zitirn. Alter. Schlag mein Schiff. Heil Schlagmeinn. Komm mit zu einem. Kann ich... Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Eva! Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen, Chat? Reiki! Eddie CK Eddie CK Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Hörst du? Nein, oder? Oh! Mit den Husten? Schlau, 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 schlau Das ist nicht was ich Das ist die Quatsch Probier mal, probier mal, probier Ich habe nur Angst, ich sieht nicht so verletzt Wie viel? Zwei, ich habe eins, oder? Eins, zwei, drei Nei! Ha, ha, ha Gibi, gib mir Das ist gar nicht Ist das der Hund, oder so? Das ist auch nicht voll Nein, du Es war der Monat Without you, mein Freund And I see you all about you Burn! Da geht es nur Ich stehe vor, Digga Da geht der Kolossal dahin, Digga Nach Hautfarbe, aber reversed Ich habe hier eine Kolossale dahin gehst I lost my ball Der Kolossale... Ich würde nicht mehr hören, das wir jetzt hier aufmachen Der Kolossale dann ist Rittich Die denken dann sonst... Ja, Gang, Gang-Member Juni am hin, wir sind locker im Urlaub Maybe Jordan auch Trainingsplan fragen Ja, ich mach bei ihm ein bisschen mit. Ist ja schon Part 1, dass wir hier zwei Kontakt spielen. Eigentlich spielen wir das mit Ohr-Schnipser-Bestrafung. Aber wir machen gerade hier mit Liegestütz, Digga. Ich dachte so geil mitspielen. Auf einmal sagen die so. Ich hab jetzt schon 50 Liegestütze oder so gemacht, obwohl ich nicht verliere. Ach, schön. Ich brauch mein Haargummi. Der sieht aus wie Didi G. Und das ist nicht gut. Willi kommt morgen. Wir vier sind hier. Jordan, Junior, Marlon. Und ich. Für Grad 25 oder so. Dortmund und 19 Spieler sind auch. Jeder ist so nur 19. Jeder ist in Marbella. Also richtig viele. Alle Fußballer sind entweder Marbella, Ibiza, Mykonos. Wie immer. Ich werde euch ja berichten, wenn wir alles sehen. Morgen kommt der erste Vlog. Und Musiala auch, keine Ahnung. So angeblich Rodrigo kommt am Wochenende. Von. Real. Ely kommt nicht. Nein, natürlich nicht. Roomtour kommt bei Willi morgen. Und ich bekomme. Nicht schmatzen. Ich bekomme noch die Dateien aus Malle. Es wird noch ein Vlog kommen, Jett. Es wird noch ein Vlog kommen. Wie gut ist denn Spanisch? Ich kann kein Spanisch eigentlich. Ein bisschen. Ich spreche ein bisschen Spanisch. Ich spreche Spanisch nicht als Französisch. Entschuldige. Ich spreche ein bisschen Spanisch. Ich spreche ein bisschen Spanisch. Ich heiße Irnay. Deine, woher du bist? Woher kommst du? Wie tal? Und du? Aber wenn du die alleine... Und wir kommen sie von alleine. Jetzt haben wir, letztes Jahr haben wir das hier gehört. Einfach auf Fernseher läuft so von your Oli von alleine. Wir haben den Ball wieder. Thank you. Bis zum nächsten Mal.